Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Go! Ghosts! So, wir sind hier bei dieser abgestürzten Station, genau. Wo? Ungeschütz ist immer gut. Aber es ist ungeschützter Geschichtsverkehr. Kinder. Ah, da war eine aktive Strahlung. Ist also nicht nur ein Scherz. Kontakt. Mhm. Uh, ja. Ah, das ist jetzt schon die zweite Fehlerbildung. Die erste war, schließen Sie das Programm um Arbeitsspeicher zu sichern. Die zweite ist, schließen Sie das Programm, äh ne, ändern Sie das Windows Design um Leistung zu schwanken. Fick dich! Ich will weder das Design ändern, noch will ich... Hm, ne, die Aco 12 gefällt mir schon ganz gut. Ganz ehrlich, jedes Mal sage ich ja, frag nicht noch mal. Was macht er noch mal fragen? Ihr seht, das ist Diskriminierung von Windows. Das ist Kacke von Windows. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr diese abfangen können. Jo. Wie viele habe ich denn hier? Oh, 150. Das ist natürlich nicht so viel. Okay, wir haben sie abgefangen, würde ich sagen. Wo sind denn die Gegner hier? Da. So, danke. Jo, mach das. Machst du viel Deckung, wie du willst. Hier will eine Abbauung. Was war mit Abbauung? Uiuiuiui. Die Spuren sind frisch. Welche Spuren? Ach, die. Wie war das? Ist das ne Beton oder Asphaltstraße? Wie sind da Spuren rein? Das ist das Ding. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Gut, dass wir hier auch so eine kleine Lücke haben. Das ist so perfekt, wie das hier ist. Warum ist da ein Schiff? Genau, warum? Warum ist da ein Schiff? Guter, junger Riley. Unten bleiben. Wir folgen. Ach, die Scheiße. Sofalls sind da ein paar viele Leute. Oh mein Gott. Wir haben ein riesengroßliches Lager genau vor uns. Sehen uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Und los geht's. Irgendwie finde ich das ein bisschen... Ist ein schönes Feature, aber es ist schon noch irgendwo ein bisschen lächerlich. Die Aktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Ganz langsam und vorsichtig. Und lebe ich, ob du irgendwas finden kannst. Nicht vergessen. Langsam und vorsichtig. Bei mir im Gras verstecken. Ja, ja. Das wird schon. Ich bin ja langsam und vorsichtig. Da ist ein Zweigseele. Ist der alleine? Das hört doch niemand. Hier ist erledigt. Okay, hier ist ein Bus. Okay, wir sind drin. Jetzt. Mal sehen, was hier vor sich geht. Ach du Scheiße. Sollte das klappen? Ich hoffe, das hat niemand gemerkt. Oh Gott. Okay, wir rücken vor. Das ist gut. Sehr schön. Guter Treffer. Wir den hier muss ich auch zwangsläufig erledigen. So. Oh Gott. Uiuiui. Passieren lassen würde ich sagen. Wir lassen ihn sie passieren. Der Typ auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Ja. Zoom heran. Mal sehen, was hier los ist. Ja. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Was ist los? Man könnte meinen, du hast deinen Geist gesehen. Ach ja. Das ist wirklich zu schade. Hä? Du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein. Wir beide haben wirklich viel nachzuholen. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Ja, dafür sorge ich schon. Leiter Riley zum südlichen Sammelpunkt. Ja, ich bin doch dabei. Ah, da sind wir. Sehr gut. Gut. Guter Junge Riley. Bewegung. Stalker 6 sind auf dem Weg zu eurer Position. Startet die Party nicht ohne uns. Mhm. Ich erinnere mich langweilig. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hut los? Riley bei Fuß. Ja, was hat der denn? Irgendwas stärkt nicht. Oh, da habe ich irgendwo Zeit gesehen. Scheiße. Scheiße. Gar nicht gut. Ach zu scheiße. Wow. Ach scheiße, ach scheiße, ach zu scheiße. Ach zu scheiße. Ach zu scheiße. Ich bin tot. Aber ich mach doch. Elmaus, 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 Elmaus. Hallo? Ja, dann halt nicht. Ähm. Fuck. Ihr hört mich. Wache. Aha. Danke, Riley. Oh scheiße. Wir sind ganz friedlich, Wölfe. Schau. Wow. Was ist das? Maverick. Okay. Wie sieht verloren aus? Sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Ja. Eric. Walker. Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charly gebracht. Wird er vermisst? Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja. Okay. Na gut. Dann war es schon drauf. Jo, das sehe ich. Stell bleiben. Sie rücken ab. Ach so eine Kirche. Was ist denn das? Alles im Zeitplan. Ja, da kann man auch schon mal gleich das ganze Tor rausnehmen, anstatt zu öffnen. Oh, 15 darf ich hier maximal fahren. Hm. Was ist das denn? Keegan. Hashtag. Wow. Feuer frei. Feuer frei. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ähm. Gar nicht gut. Sollte das das sein? Wow, 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 wow. Kann da nicht noch jemand? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. So, schön hier durchs Haus. Da bin ich. Da war es. Sieht gut aus. Ähm. Weiter. Ähm. Oh. Okay. Ah, da. Oha. Wow. Das darf nicht passieren. Wo ist ein Schatzschütze? Das ist keiner. Das war mal Schütze. Siegen. Ähm. Ja, die können wir. Dürfte ja kein Problem sein. Ja, aber das weiß ich. Das ist schön. Keegan, geh vor. Bring uns in Richtung Stadion. Ne, ich dachte, du bringst uns eine Seriennummer. Wow. Wow. Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauerland. Ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht. Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Das war schon ein Schatten zu den Schatten. Mirk und Keegan. Das waren die Männer von denen Dad sprach, die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs in San Diego, Föderationsgebiet. Um ihren Mann Ajax zu suchen. Die Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Na, ob das was wird? Ein ferngesteuert Haschitzengewehr. Ne, da nicht. Da? Kann ich eigentlich jetzt schießen? Nur so, Interesse halber. Ja. Ah, da. Mhm, mhm, mhm. Yo. Drei Feinde da. Könnte machbar sein. Was? Wir sind währenddessen. Vielen Dank. Vielen Dank.